aber das wird lustig so was doch nicht so freunde können wir darauf wetten wer letzter wird das werde ich sind er so ist nicht dabei das wird schwierig irgendeiner von uns auf jeden fall eben und hat sein also wettet nicht auf loben ja wirklich das wird nur was du willst ich meine ob man auf alle zusammen also gleichzeitig setzen kann das könnte ich einstellen glaube ich aber nee darf man das würde ich immer machen und das wäre clever weil dann kannst du vielleicht beim nächsten mal einfach gar nicht mehr teilnehmen also zum thema server ich hoffe natürlich nicht dass die server gehackt werden und wenn sie gehackt werden dann hoffe ich dass es nur vielleicht an weihnachten also nur an weihnachten ist und nicht noch über die restlichen feiertage das wäre super ätzend voralte die lichtverhältnisse sind auch super ätzend also was super ätzend ist ist ein sinn für humor ich habe ein radium fahrrad hast du ich bin runtergefahren so ein richtiger gettoblaster habe ich aber ich höre nichts kommt einfach nichts also ich glaube das habe ich bei dir gesehen das rennen was wie bin ich jetzt hingefallen die verfickten weißt was ich gerade total vermiss die raketen die man schießen kann jetzt wieder mit dem fahrrad abschießen aber dass man dem fahrrad auf die fresse fliegen das ist wie im echten leben du kannst dir gar nicht vorstellen was ich für sexuell attraktive stellungen beim auf die fresse fliegen schon alles hingelegt habe okay warum fahre ich hier hin alte kann mir das mal irgendein bitch irgendeine bitch erklären du auch sandox warum fahre ich hier nach der schanze direkt hin weiß ich nicht jetzt habe ich es geschafft ich bin ständig hingefallen was heute los ich habe nur pech ich habe nur pech gut wie ich alle hasse so abartig ich schaff es halt nicht da runter zu fahren ach heuleise du fette geburt sagt er dir die ganze Zeit rumwein na und wenigstens heule ich nicht so abartig so abartig für spaß noch fickt euch so halt deine scheiß fettige ey ich hasse dich außerdem fick ich deine szene wenn du so weitermachst ja ich denke an mich wenn ihr zocken könnt nö ok hey leonkiller 2.111 danke für deinen follow so ich hoffe meine beleidigungen entsprechen deinem erwartungshorizont haflosen opfer weil er hässlich und scheiße ist ich wollte scheißig sagen oh man ich Sackscheiße habe Oli Pfurz ja ich habe richtige Sackscheiße hey da bin ich wohl richtig gefahren ah es ist eigentlich ein ganz cooles Rennen muss ich sagen es ist ein bisschen hakelig aber eigentlich ist es ganz cool nein mit eigentlich meine ich ich finde es total scheiße ne geht eigentlich echt nein nicht da runter nicht nein rauf los rauf was was alter hey wenn du kurz warten könntest dann können dich dich überholen dann mach ich den Platz wett wett meinst du feucht? warum bin ich hier runter gefahren? egal ey ich fahr einfach die steilste steile hoch steile ich seh halt nichts ich seh halt nichts ich seh halt nichts achte wie soll man denn da hoch kommen? mit dem Fahrrad ich versteh nicht ganz ok ich hab verstanden ja alter wie ich geflogen bin das sagt doch nicht dass da wieder so eine raufhüpframpe dabei ist oder? nein nein da ist ein wallride dabei ok mit racklebig ja der wallride des todes hups wie ich auf psn heiße gib mal ausrufezeichen psn ein kleiner tipp oh god alter boah ich krieg das da gar nicht hin ey ich bin einfach zu hässlich mhm ja alter er berührt den baum nur er berührt ihn nur nein ach es springt rund ok ist ok alter wo muss ich denn hier hin? ach da runter what? oh jetzt bin ich da schon wieder hängen geblieben ey ich hasse menschen langsam ich schnall immer von der gleichen scheißposition ey du musst sagen du musst sagen du hast Fahrräder boah ich krieg hier die Krise ey nein er hat menschen nicht mehr fahren hallo Robin au ich freis hier ganz mir tut der Finger weh boah ich krieg so die Krise ey ich häng seit 50 minuten an dieser verfickten scheißstelle ey boah ich krieg so davor ey ich bin so davor ey ich bin boah ich glaub ich bestell mir schnell über Amazon neuen Controller ey ich weiß nicht was heute noch passiert Hör mal auf, wie ein Mädchen jetzt zu lachen und lache nicht. Tja, das Spiel ist umgedreht. Oh Gott, ey, Alter, ich schwör mal, ich krieg's nicht hin. Halt deine Scheißfresser, ey, der Einzige, der hier schreien darf, bin ich. Du träumst mir was für schwarz-weiß Würstchen, oder wie schaut das aus? Alter, was, wo bin ich denn jetzt? Oh Gott, Alter, was passiert denn? Was passiert jetzt? Nein! Oh Gott, Alter, nein, oh Gott, Alter, verfickte Kotze, ey, ich steh aber auch im Busch, ey. Weißt du, was ich jetzt eigentlich machen müsste? Ich müsste jetzt, ich müsste jetzt eigentlich die scheiß hohe Stimme reinmachen. Oh Gott, ey, oh, ich krieg's nicht hin, ums Verscheißen krieg ich's nicht hin, Alter. Mach die andere Stimme, mach die andere Stimme, ey. Ich steh im Busch. Ich hab Wasser in den Augen. Oh Gott, Alter, ist das scheiß Stimme, ey. Mal langsam. Oh, ich hab's geschafft, ey, ich bin der Beste, ey, und ich hab nur zwei Minuten Rückstand auf dem vorletzten, ey, gar nicht mal so bad. Alter. Ich hoffe, die wetten gegen alle auf mich diesmal, sonst habt ihr richtig verschissen. Ey, ist ja gar nicht tief. Ey, angenehm wenig Steine hier. Alter. Alter, Alter. Alter, Alter. Fick mir Gott. Ey, Gott, diese scheiß Stelle, ey. Ich glaub, ich ruf nachher Rockstar und ich soll das Rennen sofort an, ey. Und denjenigen, der's gemacht hat, zu dem flieg ich nach Amerika, ey. Und dann hüpfe ich ihm mit dem Fahrrad so lang aufm Gesicht rum. Und eigentlich müsste ich Monty hassen, weil er dieses verfickte Scheißren hier mit reingenommen hat, Alter. Ich hoffe, ihr habt alle auf mich gesetzt, die Opfer, ey, sonst verliert ihr jetzt ganz viele Coins, hoffe ich. Ey, 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 ey. Seid auch ja meines so. Seid auch nicht so hart zu tun. Hey, ey, hast du eigentlich aufgepasst, wer den Tausendstens Command hatte? Deine Oma, Nase. Aber hat sich auch keiner drum gekümmert und daher ist mir das egal. Ich kann auch allen mal 10 Coins geben, warum mal nicht. Aber ich wäre euch echt mal allen dankbar, wenn ihr aufhören würdet mit deiner Oma. Die lebt immer noch nicht mehr. Ja, aber meine ich noch. Meine beiden sogar. Das ist doch nicht ernst gemeint, Alter. Genauso wie wenn ich sage, deine Mom. Das habe ich noch nie ernst gemeint. Außer bei Monty. Ey, was sollst du da? Ist das Milch? Ja, das ist im Tetra Park. Das ist Milch gemischt mit Kaffee und Energy. Cool. Das ist Eistee, du Mistgeburt, ey. Frisch aufgebrühter Eistee. Ich habe dir eine ganz normale Frage gestellt und du hast mir eine Antwort gegeben. Und auf einmal sagst du, das ist Eistee. Anscheinend weißt du selber nicht, was du willst. Und du kannst dich nicht entscheiden, was da drin ist. Ich bin verwirrt, ey. Dieses Scheißrennen macht mich fertig, Alter. Ja, jetzt sehe ich, dass das Eistee ist, okay. Also, ey. So, keiner hat auf mich gewettet. Ihr seid alle Opfer, ey. Keiner hat irgendwelche Coins gewonnen. Da seid ihr selber dran schuld, weil ich mich so aufregen musste. Scheiße, Johan. Du hast natürlich recht, ey. Oder ich baue mir einen selber. Oder ich nehme einen von meiner Xbox. Die brauche ich ja nicht mehr. Die kann ich kaputt machen. Genau. Alter, ist es endlich vorbei? Oh, Gott sei Dank, ey. Oh, war das ein tolles Ende, ey. Hm, das hat so geschmeckt, Alter. Dafür springe ich erstmal hier runter und töte mich selbst, ey. Das ist ein Scheißrennen. Alter, ich bin alleine in der Einladungssitzung. Ja, bin ich. Ich kann euch mal einladen. Ja. Aber vorher habe ich den Sonnenuntergang genießen. Alter, sieht der geil aus. Du musst mal meine Eichel anschauen, dann weißt du, was geil ausschaut. Nein, die ist verschrumpelt und haarig. Ach, das ist ganz lieb. Äh, Lorax und auch ganz selbstlos. Ich habe keine Haare auf der Eichel. Ich rassier die. Bist du denn sicher? Guck lieber mal nach. Na, warte. Nein, glatt wie ein Oma-Propo. Scheiße, welchen Omas schaust du so auf den Popo, ey. Das geht dich gar nichts an. Du wirst nur eifersüchtig. Eiersüchtig. Eifersüchtig. Oh, ja, eiersüchtig. Oh, Kai, ey. Oh, Kai, Alter, du hast echt eine Scheiß-Stabilität von 8%. Jetzt will ich mal meine abfragen, ey. Ich habe es so gesagt. Ja, guck dir das an, ey. Mit 8% kannst du halt auch gar nichts erreichen, Alter. Gleich mit Kai. Alter. Kein Wunder bin ich nicht gut, ey. Das hätte ich vorher mal checken müssen. Dann hätte ich auch wissen können, ob ich überhaupt mal mitmach. Hallo, Flash, Gabriel. Ah.